Ich bin Nicole Marot und leite die Abteilung Primien. Wir brauchen diese zur Verstärkung von unserem Team. Die Abteilung ist eine interdisziplinäre, fachübergreifende Plattform und richtet sich an die Versorgung von Patienten und Patientinnen mit der Hauptprivate und Privater Versicherung. Auch wir von Pflege profitieren dadurch. Durch verschiedene Supportdienste werden wir deutlich mehr Kapazität für unsere Patienten und Patientinnen haben. Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbung.